So, hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Cobra von Games4GamersTV und heute gibt es wieder ein Let's Play von Aliens, Colonial Marines und das Ganze im Vernichtungsmodus. Ich weiß noch gar nicht, was das ist. Ich muss mich da jetzt erstmal selber reinspielen. Wollen wir mal schauen, was das Ganze so mit sich bringt? Ich bin gespannt. So, die Marines müssen irgendwelche Eier zerstören und wahrscheinlich müssen wir als Alien die Marines davon abhalten. Na gut, was ist da? Transportpanzer, Lobby, okay, wollen wir gucken. Ach, schade, habe ich nicht ganz erwischt, den Kerl. Marines, Position halten und die Eier vernichten. Nein. Oh, habe ich noch umgebracht, sehr schön. Habe ich noch erwischt. So, weiter geht's. Attacke. Was sollen wir denn hier machen? Einfach nur beschützen, wa? Wir müssen die Eier zerstören. Position halten. Machen wir sie fertig. Dann komm mal her, dann lasse ich mich gleich auf deinen Kopf fallen hier. Oh, schade, hat er mich erwischt. Warum sich die Eier zerstören? Na super. Halte die Position, bis die Eier gekocht sind, Marines. Noch ein Haufen zerstört, aber wir sind noch nicht fertig. Weiter. Fertig, gehen wir. Meiner Boden, meiner Boden. Wir sind da. Jawoll, habe ich ihn erwischt. Schade, er hat mich erwischt. Moment, ich muss nach. Schade, schade. Wir müssen die Eier zerstören. Position halten. So, dann komm mal her. Oh, da haben sie gerade einen erwischt. Gute Arbeit, Marines. Zum nächsten Mal. Der ist auch gleich hin. Jawoll. Oh, der ist auch gut angeschlagen. Oh, wer hat mich denn jetzt erwischt? Liegt ein Flammenwerfer auf dem Tisch. Ich glaube, Trick 17 ist hier einfach, man muss sich einfach jemanden schnappen, der hier alleine irgendwo langläuft. So wie der da vorne. Fertig, gehen wir. Der ist zerfetzt, aber richtig. Hat sich selbst in die Luft gejagt, der Kerl. Auch nicht schlecht. So, was jetzt? Hä? Wovon bin ich denn jetzt gestorben? Was war das denn jetzt? Auch nicht schlecht. Naja. Ich will mich gar nicht beschweren, ey. Schade. Den hab ich fast erwischt. Oh, oh, oh. Ah ja, um was ich euch mal so verkünden kann. Also, ich glaube nicht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich kein komplettes Let's Play der Story machen werde. Äh, damit das Spiel nicht so ganz zusagt. Aber, naja. Muss ja jeder selber wissen, äh, finde ich, was er gerne spielen möchte und wie er es spielen möchte. Aber wie gesagt, von der Story hiervon noch ein Let's Play. Ich denke, ich denke, da kommen genug andere Teile raus. Ähm, so wie Crysis 3 oder ich weiß es nicht. Da kommen ja auch genug andere Sachen raus, die man gut Let's Playen kann. Aber ich denke hier, also ich finde das, was ich bis jetzt von der Story gesehen habe, ein bisschen mau. Und deswegen werde ich es gar nicht erst anfangen. Seid mir nicht böse, deswegen. Aber ich spiele einfach nur das gerne, was ich auch wirklich gerne spiele. Und da brauche ich nicht. Oh, hier gleich zwei. Oh, gleich zwei zerfetzt hier die Kerle. Wie sieht es mit der Verbindung aus? Ja, ein bisschen besser als gestern. Was steht, warum steht denn da Eier? Was soll man denn mit den Eiern machen als Alien? Wahrscheinlich gar nichts. Naja, aber das könnt ihr mir ja in die Kommentare unten posten, wenn ihr das wisst. Wenn ihr schon gespielt habt, dann schreibt mir das nochmal in die Kommentare rein. So, jetzt habe ich sogar ein schönes Visier oben drauf. Wollen wir mal gucken, was wir damit anfangen können. Was habe ich noch dabei? Eine Strohpflinte und das schöne Sturmgewehr. Ja, die kommen auch hier gleich. Wow, 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 wow. Verdrückt. Scheiße, hat er mich erwischt. Da hat er mich erwischt. Tötung. Keine Munition mehr. Halte die Position, bis die Eier gekocht sind, Marines. Was sollen wir denn hier mit den Eiern machen? So, dann will ich auch mal zur Strohpflinte wechseln. Einfach hier dran stehen. Okay, wenn das reicht, dann ist ja gut. Hey! Eierhaufen zerstört. Aber ich denke, wir können euch schon mal auf Super Let's Plays von Crysis freuen. Das wird ein echt gutes Spiel, glaube ich. Ach, schade. Geben Sie mir Deckung, ich wechsle das Magazin. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wie lange soll ich denn dort reinhallen in das Vieh? Wir müssen die Eier zerstören. Position halten. So. Wow. Hat er mich schon wieder erwischt? Drecksvieh. Position halten und die Eier vernichten. Ein Drecksvieh vor dem Herrn. Oh, 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 oh. Das läuft ja schon wieder rund hier. Marins nicht bewegen, bis die Eier gebraten sind. Gute Arbeit, Marines. Zum nächsten Haufen. Geh zum Oberdeck. Wow. Das kann doch nicht angehen. Ich habe mich einen von denen erwischt. Geh zur Transportstelle. Wobei ich auch sagen muss, dass ich einfach glaube, dass die PC-Version viel besser abgeht. Also auch grafisch. Das wäre jetzt meine Meinung. Ich habe es auf PC, habe ich nur Gameplays gesehen. Ich habe es nicht selber gespielt. Aber davon gehe ich einfach mal aus. So, jetzt wird das Ding hier mal genommen. Vielleicht geht das mit Dauerfeuer hier mal ein bisschen besser ab. Irgendwo ist doch hier wer. Es bleibt noch eine Minute. Ja, komm her, du Rindvieh. Das. Ja, gut, okay. Ich habe ihn auch noch erwischt. Das wäre es jetzt auch gewesen, wenn ich den nicht mehr erwischt hätte. Also bitte. Also bitte. Meine Herren, meine Herren. Na, du Rindvieh. Dafür kriege ich nur einen Helfer. Na gut. Na, immerhin. Aber was mit der Leitung? Das stimmt immer noch nicht, glaube ich. Mit dem Ping. Man hat 50.000 auf VDSL, Leute. Und wollte man eigentlich so einen Ping nicht haben. Na ja. So, meine Freunde. Das war nun das... Wie nennt sich das eigentlich? Vernichtungsspiel, sage ich jetzt mal. Und ja, schaut euch das Video an. Ich werde noch vom anderen Spielmodus auch noch ein Gameplay machen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Bis denn dann. Tschüss.